Boah, ganz ehrlich, wie kommt man auf so ne fucking Scheiße? Du weißt doch schon den Code für den Nächten. Du weißt doch schon den Code fürs Nächte. Ja, muss ich kurz gucken gehen. Der Code ist 28501. Wie soll man da drauf kommen? Hä? 28501. Boah, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wie gibt es noch 2? Ähm. Was? Das checkt jetzt, das checkt. Je weiter du nach hinten kommst, desto länger checkt. 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 Ach, du hast richtige Eingever. Ich weiß nicht. Was waren das Richtige? Oh mein Gott, ich habe es dir doch vorgelesen. Ja, ich habe es eigentlich eingegeben. 28501. Oh, ich habe es falsch. Okay. Ich habe... Ja, ich habe es anders gehabt. Jumps. Okay, das freut uns. LOL. Zwei. LOL. Ach so, da steht der Code 2. Was? Hä? Wie funktioniert das? Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Geh mal weg. Warte, wenn ich unten stehen bleibe. Ja. Der zieht sofort weg. Ah, ah, ah. Ja. Hä? Wie hast du das jetzt gemacht? Wo bist du hingesprungen? Zwei. Vier. Null. Wo bist du hingesprungen? Zwei. Null. Zwei. Null. Ja, und die fünfte? Oh, shit. Ah, ah, ah. Wo steht vier. Null. Was war das erste? Zwei, was? Zwei, vier, null, zwei Zwei, vier, null, zwei Und weiter bin ich nicht gekommen, da habe ich versagt Acht Zwei, vier, null, zwei, acht Okay, das war jetzt wieder einfach Warte, diktier Zwei, vier, null, zwei, acht Okay, das war jetzt zu lösen Ja So Jetzt kommt der Raum Change Oh lol Hier ist mein Card Wo? Schieb mich mal an Oh lol Okay, die erste Zahl ist zwei Okay Zwei, vier Was? Zwei, vier, acht, sieben Alter, richtig geil gemacht Zwei, vier, acht, sieben, acht Lalalalalala Oh Zwei, vier, acht, sieben, acht Ja Alter, richtig geil gemacht Nimm, cheate dir mal geschinten Mein Card Und guckst dir an Das steht da, das steht da noch Okay, ich guck's mir an Äh Du musst auf die Zahlen gucken Da links Ach nee Und dann auf die Rückseite da davon Warte kurz bis ich fertig bin Hä, das heißt ich müsste jetzt die ganze Zeit rückwärts laufen oder was? Ja, komm, ist egal Nein, 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 komm Nein, 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 mach Aber dann muss ich zurücklaufen Ja Nein Nein, musst nicht Du musst einfach durch die Lava durchfahren Ja, und dann? Dann kommt das Minecraft hier vorne wieder Hast gesehen? Ach, ach so, ach Äh, jetzt bin ich tot Geil Hey, ich hab aber nur zwei Zahlen gesehen Du musst auch immer auf die Rückseite davon gucken Ach so Egal, ja, gut Fahr nochmal Fahr nochmal, komm, die Zuschauer müssen das sehen Das ist richtig geil gemacht Also zwei Und wo siehst du hier? Zwei Da sehe ich nix Acht Sieben, acht Okay, aber die zweite Zahl hätte ich nicht gesehen Die vier Nee Ich sehe da keine vier Also was war's? Ach, ich weiß Ich hab's schon reingeschmissen, gell, schon offen Ach so Ups Sound Oh nein, bitte nicht Sound Das musst du jetzt machen, Janis Alles klar Ich mit meinen spitzen Öhrchen Ja Ich geh trotzdem mal mit rein Oh Gott Oh nein, warte, was ist in der Kiste? Äh Von der Code Null ist Glas Eins ist Stone Schnapp dir mal so'n Buch Hab ich Okay Du musst das grad lesen Äh, wie grad? Schlags auf Okay 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 Warte, warte, warte Es ist kaputt Nee Nächstes Okay, warte, steht da irgendwas über Dort? Ja, zwei Gut, zwei Schreib's mal in Z rein Ja Und was ist Was ist Glas? Null Und Stein? Eins Und Soul Sand? Drei So Nein, das check ich nicht Ah Okay Ach du Scheiße Okay, was hat Holz? Äh, sieben Okay, nochmal so Sieben ist erste Okay Okay Ich halt jetzt scheiße, dass ich überhaupt null höre Sieht gut aus, wie du das machst So Okay Stein ist Äh, eins Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum Wenn was hast, dann einfach fragen Ja, ja Was, brauchst du irgendwas? Naja Welchen Ton suchst du denn? Okay Okay, was hat Dirt? Zwei Wie viel? Zwei Zwei Ja mild Als Was Is inner B B Nein Lie